So, dann ist der Bastelzeit und heute soll es mal wieder so ein bisschen um die Arduino-Ecke gehen, denn mit hier diesen kleinen Dingern, also ESP8266, ESP32 und Co. kann man ja relativ einfach sehr viele Sachen messen, erkennen und sonstigen Spaß mit haben. Aber wenn der hier ein Ereignis erkennt, dann möchte man ja eventuell auch selber davon was mitbekommen. Also müssen wir irgendwie die Daten heraus, weitergeben, so dass sie bei uns möglichst ankommen und zwar bei einigen Sachen besser direkt. Das heißt also, wir reden jetzt nicht über die üblichen Sachen, die ich so mache, Richtung InfluxDB und Grafana und sonst was, wo man zwar schön Diagramme zeichnen kann, sondern wirklich etwas, wo es direkt dann irgendwie immer bei mir rauskommt. Naja, immer bei einem rauskommen. Da gibt es da so moderne Geräte, die können das halbwegs. Das gute alte Smartphone. Also Nachricht, Arduino zu Smartphone. Es gibt da viele Lösungen, viele, die man selber bauen kann, viele, die es fertig gibt, aber alle sind nur so mäßig gut. Das, was man selber hosten kann, ist meistens eher darauf fokussiert, einem Handy Bescheid zu sagen. Andere Lösungen, die sind dann kommerziell, laufen über die Cloud, machen meistens aber ähnliche Sachen. Ich habe jetzt eine ganz besondere Anforderung oder etwas ungewöhnliche und zwar, ich möchte mehreren Leuten Bescheid sagen und die Gruppe soll offen sein, sodass da Leute sich selber hinzufügen können und wieder rausgehen können. Naja, da eignet es sich jetzt relativ gut, einen fertigen Messenger zu benutzen, weil Messenger benutzen die meisten Leute schon. Ich glaube, der verbreitetste ist leider immer noch WhatsApp. Aber WhatsApp hat nach meinem Wissen keine offizielle sinnvolle Schnittstelle, wo man mal eben was dranhängen kann in Richtung Arduino oder Co. Das ist alles sehr speziell und teilweise gegen AGB und müssen wir uns nicht mit abgeben. Also andere Messenger, wo das relativ gut geht. Und einer, der verbreitet ist, ja zugegeben in der Schwurbelszene vor allen Dingen, aber halt auch sonst, das ist Telegram. Und das ist dann das heutige Thema. Einmal eine Nachricht bitte vom Arduino zu einem Telegram fähigen Endgerät. Das heißt also Handy, Tablet, PC, wo auch immer das Ding läuft, soll die Nachricht dann bitte rauskommen. Würde ich mal sagen, auf zum Rechner und gucken wir mal, wie das geht. Also fangen wir direkt mal bei Telegram selber an, denn da müssen wir ein bisschen was vorbereiten. Ich mache das Ganze jetzt hier mit dem Desktop Client, geht natürlich auf dem Mobiltelefon oder was auch immer ihr habt. Genauso. Das erste, was man macht, das ist, man sucht in den Kontakten nach Botfather. Das ist der hier mit diesem wunderschönen Symbol. Hat auch einen Haken hinten dran. Das klingt irgendwie richtig. Und wenn wir den anchatten, dann kommt so, was kann das Ding für euch tun? So, hier gibt es auch Online-Hilfe. Jada, jada. Ihr müsst aktuell einmal unter Start klicken, wenn ihr noch nie mit dem Namen gearbeitet habt. Und das ist ein Menü. Oder man schreibt schräger und dann irgendeinen Befehl. Wir wollen einen neuen Bot. Also machen wir im Menü New Bot oder schräger New Bot. Und jetzt kommt schon die Frage, okay, wie soll das Ding denn heißen? Das Ding soll heißen Bitbastelei Testarten. Okay, schicken wir den mal. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir einen Username wählen. Usernames haben eine kleine Einschränkung. Und zwar, die müssen mit dem Namen Bot aufhören. Man kann also nicht einfach irgendwie einen beliebigen Namen holen und dann so tun, als ob man irgendwie eine Person wäre. Das ist verboten. Wenn man einen richtigen Bot machen will, heißt das am Ende auch dann immer Bot. Das heißt, wir können den jetzt natürlich auch nicht Bitbastelei Test Button nennen, sondern muss Bot dahinter sein. Also Bitbastelei Button Bot. Machen wir das einfach mal hier so. Und jetzt steht hier schon. Dann von Gradulations. Wir haben jetzt unseren Bot generiert. Was wir brauchen, das ist dieses Token hier. Das ist unser geheimer Schlüssel. Mit dem können wir hier diesen Bot ansteuern. Das heißt also, den muss man sich auf jeden Fall wegspeichern und auch nicht veröffentlichen. Nein, keine Angst, wenn ihr das Video seht, habe ich das Ding schon wieder gelöscht. Aber ja, den brauchen wir gleich. Was wir jetzt noch machen können, das ist über das Menü gehen und hier sagen My Bots. Jetzt kriegen wir eine Liste mit allen Bots, die wir so haben. Und wir können jetzt hier einmal anklicken. Wir wollen uns den Button Bot angucken. Und hier gibt es ein paar Dinge, die man machen kann. Man kann sich einmal das API Token noch mal anzeigen lassen. Das ist das, was wir schon haben. Es gibt ein paar Bot Settings, die wir machen können. Da ist hauptsächlich drin, darf der in Gruppen rein? Standardeinstellung ja. Wie sieht es mit der Privacy aus? Standardeinstellung ist, wenn der Bot in der Gruppe ist, empfängt der nicht alle Nachrichten, sondern nur die mit einem Schräger, also die Befehle, oder wenn der Bot direkt angesprochen wird oder auf ihn geantwortet wird. Das heißt also, verhindert so ein bisschen, dass ein Bot den kompletten Kanal mitliest und irgendwie geheime Sachen da weitergibt. Ansonsten halt noch ein paar Sachen, darf er Admin sein, darf er irgendwelche speziellen Rechte haben, ist für uns mal egal. Wir gehen eins zurück und sagen stattdessen mal Edit Bot. Da sind nämlich schönere Sachen. Wir haben nämlich aktuell nur den Namen gesetzt. Keine About, keine Description, kein Description Picture, kein Bot Pick, whatever. Und wir können hier einfach über die Buttons dann sagen, okay, gib mal ein About und unser About ist jetzt kleiner Test mit ESP und Blub. Und wir können natürlich auch ein Bot Pick senden. Das gehen wir drauf und dann wird hier gesagt, okay, schick mir bitte das Bild und ich hole jetzt mal einfach eins von Open Clip Art. Wichtig, Compressed Image, also es muss als Bild gesendet werden, nicht als Datei. Zack, fertig. Und ja, im Prinzip haben wir jetzt hier unseren Bot. Was wollen wir denn mit dem Bot? Naja, ich möchte damit in eine Gruppe reinschreiben und da was rein posten. Also gehen wir mal in die Gruppe rein und wir sehen, wir haben jetzt hier die Gruppe Adler Web Test mit zwei Membern, aber keiner davon ist unser Bot. Stattdessen gehen wir mal rein, klicken auf Plus und suchen dann mal nach dem Bitbustler Button Bot und hier ist er auch schon. Hier ist der Name, unsere Beschreibung, die wir hatten, also den Username und das Bild. Wunderschön, sieht richtig aus. Fügen wir den mal hinzu. Und jetzt ist er hier drin. Das heißt, technisch ist er jetzt in der Lage, hier was zu schreiben oder zu empfangen. Es gibt auch noch ein kleines Problem und zwar, wir müssen nicht nur schreiben oder empfangen hier, sondern wir müssen ja am Ende im Programmcode sagen, da in die Gruppe bitte. Jetzt heißt die Gruppe zwar Adler Web Test hier, aber das ist nur ein Anzeigename. Was wir brauchen, wenn wir das Ding direkt ansprechen wollen, das ist die interne ID der Gruppe. Um das zu kriegen, da suchen wir nach dem MyID Bot oder Anzeigename ist einfach nur ID Bot. Hat hier so einen blauen Fingerabdruck und irgendwie eine Kaffeetasse oder was soll das sein davor. Auch hier klicken wir auf Start und wir sehen jetzt hier schon, okay, I got to help you. Im Menü gibt es auch einen wunderschönen Eintrag. Gib mal bitte die Gruppen ID. Das hilft uns aber nicht weiter, ist nur der Hilfetext, dass man den in die Gruppe stecken muss. Okay, kriegen wir hin. Im Übrigen, ihr könnt auch hier auf Get ID gehen. Dann bekommt ihr eure eigene ID. Das ist dann relevant, wenn ihr nicht in die Gruppe schicken wollt, sondern euch selber. Wir wollen aber eine Gruppe. Also fügen wir mal hier nochmal einen neuen hinzu und zwar den MyID Bot. Zack, zack, zack. Ist jetzt hinzugefügt. Es passiert aber nichts. Aber es gibt neue Befehle. Das heißt, wir können jetzt sagen, schräger Get Group ID oder gehen über den entsprechenden Dings Get Group ID at MyID Bot. Und jetzt sehen wir hier, hier kriegen wir eine Nummer zurück. Das ist die, die wir brauchen. Das ist unsere Gruppen ID. Wenn wir die einmal haben, dann können wir im Prinzip ja auch hingehen und um das Ganze sauber zu halten, den MyID Bot wieder entfernen aus der Gruppe. Wer den also nicht dauerhaft drin haben möchte, kann den dann da rausholen. Und gerade noch kurzer Nachzügler. Jemand aus dem Space hat mich darauf hingewiesen, dass es auch eine andere Methode gibt, die aktuell funktioniert. Und zwar, wenn ihr Telegram Web benutzt, diese Webseite und den Kanal aufmacht, einfach oben in die URL gucken. Das, was hinter der Raute steht, das ist die Kanal ID. Das macht es irgendwie dann noch mal einfacher. Mit den Daten hier, diesem Token und der ID für den Kanal, da haben wir alles zusammen, was wir gleich brauchen, wenn wir das Ding programmieren wollen auf unserem ESP. Das heißt, wir wechseln mal rüber in Arduino oder Platform.io oder whatever und machen da mal eine Runde weiter. Okay, dann gehen wir mal zur Praxisecke rüber. Ich habe hier ein Board, der hat einen ESP32 drauf, geht aber genauso gut mit einem 8266er oder ja auch anderen Boards, die entsprechend ins WLAN kommen. Und ich werde das Ganze hier mit Platform.io machen. Prinzipiell geht natürlich auch Arduino. Ich finde das hier ein bisschen komfortabler. Also machen wir erst mal ein neues Projekt. Und wie nennen wir uns das? Telegram Test mit einer gute Frage. Das hier? Duit. Duit ESP Duino 32. Das klingt gut oder ne? Eigentlich Devkit. Genau, Devkit V1. Das ist so. So, dann haben wir alles passend. Kann einen Moment dauern. Und das erste, womit ich anfangen werde, das ist jetzt erstmal einfach nur Eingang und Ausgang zu machen. Das heißt also die LED hier auf dem Board leuchten lassen und dafür sorgen, dass wenn wir hier den Button drücken, die LED umgeschaltet wird. Einfach um sicherzustellen, dass der ganze Kram funktioniert, bevor wir anfangen, dann wirklich dann Netzwerk und Telegram und alles weitere dran zu bauen. Ja, würde ich mal sagen, wir fangen mal gut und wie üblich an mit dem Blink-Sketch an. Also machen wir mal den Setup hier ein AD Build-In auf Output und schalten das Ganze ein. Dann können wir zumindest schon mal sehen, ob der Kram funktioniert. Jetzt noch abchecken. Können wir wohl noch nicht hochladen. Ja, dann machen wir einfach schon mal weiter. Dann können wir den Code zumindest gleich nutzen. Und zwar der D0 müsste das sein. Der sollte mit dem Enable-Button verbunden sein. Also machen wir den mal auf Input-Pull-Up. Ich hoffe D0 versteht er hier. Nein, versteht er nicht. Ja, 0. Versteht er das? Scheint so. Hier noch ein Delay dahinter. Zwei Sekunden soll es leuchten, die LED. Und dann müsste es dazu übergehen, dass die Lampe aus ist. Es sei denn, wir drücken diesen Taster hier. Dann müsste die LED angehen für 500 Millisekunden, auch wenn wir loslassen. Und dann wieder aus. Okay, manchmal hilft ausreichend Gegentreten. Also laden wir mal hoch und gucken, was er dann hier unten mit dem Ding macht. Okay, das sieht gut aus. Jetzt haben wir zwei rote LEDs oder hatten gerade. Ich besetze gerade noch mal. Da haben wir die zweite. Und zwei Sekunden sind das eigentlich nicht, aber... Ah! Nevermind. Da hat es schon funktioniert. Ich habe den falschen Button erwischt. Der End-Button ist der Reboot-Button. Und wenn ich den drücke, dann leuchtet die rote LED zwei Sekunden lang. Okay, geht aus. Wenn ich die hier drücke, geht es für 500 Millisekunden an. Das ist also unser User-Button. Okay, soweit so gut. Dann können wir jetzt im Prinzip hier schon mal weitermachen. Und ich würde sagen, wir verbinden uns erst mal hier zum WLAN. Das heißt also das übliche. Include WiFi. Ein bisschen Serial vielleicht auch noch, um sicher zu gehen, dass alles sauber funktioniert. Da können wir die zwei Sekunden-Delay auch gleich mit einbauen. Serial Endline. So. So. Als nächstes machen wir dann hier unsere WLAN-Verbindung. Das sieht erst mal ganz okay aus. Und was wir auch machen können, ist im Prinzip die Zeit schon mal holen. Das wäre dann der Code hier. Das Ganze bestammt im Übrigen aus dem Example-Code von der Library, die ich gleich zeige. Also müsste jetzt nicht abtippen. Das passt schon irgendwie. Ja, können wir hier im Prinzip noch sowas hier reinmachen. Das sind die Kolon. Und theoretisch müssten wir hiermit in der Lage sein, jetzt das Ganze auch mit WLAN zu machen. Das heißt, er müsste zum WLAN verbinden und er müsste dann uns auch die Zeit ausgeben auf dem seriellen Monitor. Dann laden wir den Code mal hoch. Schauen wir mal, ob er jetzt zum WLAN verbindet, dann haben wir schon fast alles richtig. Okay, er verbindet sich. Retrieving Time und wir kriegen, also sieht man gerade nicht, wir bekommen hier auch eine Zeit zurück. Das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Und wenn ich jetzt drücke, triggert und wir sehen die Zeit, wann er da getriggert hat. Das, was wir jetzt sehen, wird wahrscheinlich ein Unix Timestamp sein, so wie es aussieht. Das heißt also Sekunden seit dem 01.01.1970 um 0 Uhr UTC müsste das, glaube ich, sein. Soll uns aber auch egal sein, wenn wir die Zeit schön anzeigen lassen wollen, dann gibt es dafür passende Libraries. Uns geht es jetzt eher darum, hier Telegram zu sprechen, denn wir wollen ja nicht nur triggert und seriell ausgeben, sondern auch irgendwie das Ganze auf dem Handy haben oder sonst wo. Dazu nutze ich die wunderschöne Universal Arduino Telegram Bot Library von Witness Me Now aka Kollege Brian. Der ist auch hier auf YouTube aktiv. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr so mit ESP gerne rumspielt. Und der hat da ein paar schöne Libraries, unter anderem die hier, die halt genau das Ganze macht, was wir hier machen wollen. Also zum Beispiel halt Nachrichten senden. Macht eventuell Sinn. Dazu benötigen wir einen Bot Token. Wir benötigen den Secure Client und können das Ganze dann initialisieren. Wie so üblich gibt es auch jede Menge Examples. Das heißt also mit ESP 32 oder 8266 und dann verschiedene Sachen, die man hier machen kann. Nicht nur senden, sondern tatsächlich auch empfangen, reagieren etc. Library Installation für die Leute, die Arduino benutzen. Hier auf den letzten Release gehen, den es gibt. Die ZIP-Datei herunterladen und dann ganz regulär im Menü über Library at ZIP-File. Das sollte funktionieren. Eventuell ist es sogar im offiziellen Verzeichnis. Ich bin da gerade nicht so sicher. Ich wie gesagt hier bei Platform.io, da geht das ein bisschen einfacher. Und zwar sagen wir einfach Hallo, ich hätte gerne die Library, LibDeps. Und das ist die WitnessMeNow Universal Telegram Bot Version 1.3.0 war es glaube ich. Das ist jedenfalls was er mir vorschlägt. Gucken wir gerade noch mal. Ja, 1.3.0 ist auch die aktuelle. Okay. Und jetzt dadurch, dass du es hier reingeschrieben habe, weiß das System, dass ich jetzt damit reden möchte. Und wir können das hier direkt benutzen. Und entsprechend kopiere ich mir dann hier den Example Code mal wieder schön weiter da rein. Das heißt, wir ziehen uns hier oben zusätzlich zu WiFi, noch den Secure Client und den Universal Telegram Bot. Wir müssen das Bot Token noch definieren. Da muss ich gleich mal gucken, das habe ich jetzt gerade gar nicht hier auf dem Rechner. Initialisieren den ganzen Kram. Wir müssen nach dem WiFi Beginn allerdings noch eine Zeile einfügen. Und zwar müssen wir das hier machen. Secure Client ZCA. Damit wird das Zertifikat von Telegram hinterlegt, sodass der da auch verschlüsselt mit der Telegram API kommunizieren kann. Das ist auch der Grund, warum wir unten NTP machen, weil Verschlüsselung ohne korrekte Uhrzeit funktioniert meistens nie so dolle. Und ja, im Prinzip war es das. Das heißt, wir können hier unten hingehen und hier sagen Bot Send Message. Dann hier Chat ID. Die müssen wir noch definieren. Und ja, hinten dran kommt dann der Text, den wir in den Channel senden wollen. Dann haben wir hier Telegram Text. Das definieren wir hier oben jeweils noch. So, ich suche mal gerade noch die IDs hier zusammen. Dann laden wir es hoch und dann sollte man theoretisch schon fertig sein. Und das sieht doch schon mal gut aus. Wir sind jetzt hier mit dem Freifunknetz verbunden. Haben eine IP bekommen, haben eine Zeit bekommen und haben noch keine Fehlermeldung bekommen. Im Chat selber sehen wir auch noch nichts Neues. Wenn ich jetzt aber hier die Boot Taste drücke und alles sauber funktioniert, triggert und hier kommt eine Nachricht. Vom Bitbust Light Test Button Knopf wurde genutzt. Also genau das, was wir wollen. So, im Prinzip ist das jetzt alles, was eher die Library kann. Eine Telegram Nachricht schicken oder die Library kann mehr, aber das, was wir jetzt damit gebaut haben. Das ist aber ein bisschen mächtiger, als es vielleicht im ersten Moment scheint. Denn, naja, wir können eine Nachricht schicken, zum einen mit beliebigen Text, aber zum anderen, naja, wer sagt denn, dass wir hier einen Schalter benutzen müssen? Wir könnten zum Beispiel hingehen, dass hier könnte ich in meine Schublade hier vom Schreibtisch machen, einfach hier so, wie es jetzt ist. Und einen Magnetschalter zwischen D0 ist es jetzt, wo der Knopf dran hängt und Ground, glaube ich, verbinden. Und diese Magnetschalter oder Reach-Schalter reagieren halt auf Magnet, wie der Name schon sagt. Dann machen wir ein Magnet an die Schublade. Das Ding hier liegt dann mit dem Magnetschalter irgendwie oben dran an der Decke. Und das hieße dann, sobald jemand die Schublade bei mir aufmacht, bekomme ich eine Nachricht. Oder wir gehen hin und kombinieren das Ganze hier. Das heißt, wir holen den hier, holen dann aber zum Beispiel noch mein RTC-Board mit dabei, was dafür sorgt, dass wir im Prinzip, solange nichts gedrückt ist, quasi keinen Stromverbrauch haben. Machen dann hier eine Lifepo-4-Zelle zum Beispiel dran, die ja mit 3,6 Volt direkt drangeklemmt werden kann. Oder holen eine normale Lithium-Zelle und gehen über den internen Regler hier. Und dann pappen wir das Ganze zum Beispiel an die Haustür oder ähnliches. Und schon kriegen wir eine Nachricht, wenn die Haustür geöffnet wird. Kann auch hilfreich sein. Natürlich können wir auch den Code beliebig ändern. Digital Read ist halt eine Sache, die wir machen können. Wir können genauso gut hier noch jede Menge Code hinzufügen. Und dann zum Beispiel einen von, wo sind sie, hier solche Temperatursensoren oder irgendwas dran machen. Und dann die auswerten. Und wenn eine gewisse Temperatur über- oder unterschritten wird, den Alarm auslösen. Und so gibt es jede Menge Sachen. Oder was man natürlich auch machen kann, ist einfach regelmäßig dann, statt hier in einem festen Text, die Temperatur, die man gerade gemessen hat, dann vorbeischicken. Oder sogar noch mehr Sachen machen. Es gibt ja zum Beispiel die ESP32 Cam heißt das Ding, glaube ich. Da könnten wir dann hingehen. Die hat eine interne Webcam. Und sagen, okay, wenn der Trigger ausgelöst wird, also zum Beispiel, wenn die Tür aufgemacht wird, mache ein Foto mit der Kamera und schicke dieses Bild per Telegram. Also solche Sachen gehen dann auch. Ja, wie üblich, das Ganze hier ist jetzt einfach nur so eine Idee. Das gibt's, das kann man damit tun, was ihr am Ende damit baut. Das ist dann eure Sache. Da müsst ihr selber ein bisschen Gehirnschmalz reinbringen und gucken, was sind eure Anforderungen, was könnt ihr damit abdecken. Für mich ist es, wie gesagt, einfach nur die Möglichkeit, einen Knopf mit Telegram zu verbinden. Warum das interessant ist, das sehen wir dann in der späteren Folge. Das kommt noch, wenn wir das Ganze zusammensetzen. Aber, wie gesagt, gibt viele Möglichkeiten, über die man eventuell informiert werden möchte. Telegram ist jetzt vielleicht nicht die schönste Möglichkeit, weil es halt nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist und zentralisiert und bla und blub. Aber es ist halt dank der Library relativ einfach, auf einem ESP zum Laufen zu kriegen und Telegram ist halt auch etwas verbreiteter als irgendwie XMPP oder ähnliches. Und ja, daher bin ich jetzt den Weg erstmal gegangen und danach zu urteilen, dass, wenn ich hier drücke, da eine Nachricht rauskommt, würde ich sagen, die Library und die ganze Lastelei hier tut, was es soll. Vielen Dank.